heute möchte ich dir eine übung mitgeben die dir bessere ballkontakte beschert und das schöne ist diese übung ist nicht stark positionsbezogen sondern dass es eine gefühlsübung ja das heißt du kannst sie sofort nachmachen entweder zu hause oder auch auf der driving range mein name ist karl füllwock ich bin golfler am golfclub hamburg holm und ich wünsche dir jetzt ganz viel spaß beim kommenden video die heutige übung die ich euch gleich zeigen werde wird euch ein gefühl von einer perfekten impact position geben und dieses gefühl wollen wir nutzen um bessere ballkontakte herzustellen als erstes gehen wir diese übung durch diese übung ist geprägt von den drei grund bewegungen die erkläre ich gleich und zum schluss werden wir auch noch ein paar bälle schlagen können um oder mit dem gefühl was diese übung für uns kreiert hat ja fangen wir einmal an grundsätzlich brauchen wir drei grund bewegungen das ist einmal die drehung an sich das ist das beugen und strecken und das ist das kippen ja oder die seitneigung kann man auch nennen und diese übung wird uns jetzt ein gefühl für alle drei geben und dieses gefühl wollen wir dann nutzen um einen satten ballkontakt zu erzeugen alles was wir dafür brauchen ist erstmal einen schläger und diesen schläger positionieren wir ganz knapp über unsere gürtelschnalle und meine arme möchte ich jetzt hier erstmal in einer geraden bekommen ja was jetzt wichtig ist wenn wir so tun als ob wir unser setup einnehmen ist dass wir erstmal sagen wollen meine linke hüfte soll ein bisschen nach links her rüber geschoben werden ja das ist punkt nummer eins der übung hüfte wird ein bisschen rüber geschoben und jetzt rotiere ich meinen körper meine hüfte und damit auch ein wenig meinen oberkörper 45 grad einmal weiter richtung ziel ja jetzt ist ja mein griff ende und mein schläger kopf ungefähr in einer gleichen höhe ja die dritte bewegung ist dass ich jetzt in eine streckung kommen möchte das heißt ich zeige meinen brustbein und meine gürtelschnalle bringe ich in eine streckung ja und ihr seht jetzt ist mein schläger kopf über meinem griff ende daran können wir erkennen dass wir uns in der streckung befinden und zu guter letzt ein wenig ist es schon so bringe ich jetzt meine rechte seite ein bisschen tiefer und jetzt hat sich mein körper in einer ziemlich perfekten oder ist mein körper in einer ziemlich perfekten position jetzt kann ich einmal runter gehen und jetzt bin ich in einer impact position die ziemlich ideal erscheint das ganze machen wir noch mal aus dieser kamera position das heißt ich stelle mich erstmal wieder hin ich möchte wieder mein griff ende an die gürtelschnalle bekommen nehmen mein setup ein und sie ganz leicht in die knie jetzt schiebe ich wieder meine linke hüftseite richtig schön über meinen linken knöchel heraus jetzt drehe ich mich wieder 45 grad erst mal mit ja jetzt bringe ich meinen schläger kopf über mein schläger kopf über mein griff ende und jetzt bewege ich meine rechte schulter ein wenig nach unten jetzt nehme ich meinen schläger kopf und versuche einmal hier in diese position herein zu kommen und so soll sich mein impact anfühlen ja das heißt in diese position hier möchte ich gleich herein kommen um einen ordentlichen ballkontakt zu erzeugen bevor wir jetzt oder bevor ich jetzt erkläre wie dieses gefühl auch in den vollen schwung umgemünzt werden kann erklären wir kurz wofür jetzt diese einzelnen teilbereiche wichtig sind und zwar was wir gesagt hatten was wichtig ist das gewicht links und die hüftrotation die ist dazu da um den tiefsten punkt ordentlich vor dem ball zu bekommen diese streckung dieses gefühl ist dazu da dass der schläger nicht im boden hängen bleibt und damit wir genug power kreieren und dass die rechte schulter ein bisschen tiefer ist das ist dafür da dass wir in der lage sind mit meinen händen gut wieder um den körper herum zu kommen und dass wir genügend von innen an den ball kommen können ja und jetzt schauen wir einmal wie wir dieses gefühl auch in den vollen schwung und jetzt in gute ballkontakte ummünzen können was wir jetzt machen wir legen uns einmal den ball hier in diese position und nehmen erst mal unser setup ein ja jetzt gehe ich hier hin in meine ausgangsposition gewicht nach links 45 grad rotation leicht in die streckung und rechte schulter tief und jetzt möchte ich sagen jetzt versuche ich in meine impact position zu gehen aus der vorderen perspektive sehen wir noch dass meine hände bitte vor dem ball sein sollen und ich möchte jetzt mein meine schlagfläche richtung ziel geneigt haben und was ich jetzt einmal versuche ist in dieser impact position ein wenig drin stehen zu bleiben ruhig mal für 10 15 20 sekunden um ein gefühl entwickeln wo spüre ich denn das ganze jetzt eigentlich in welcher muskulatur spüre ich das ganze jetzt eigentlich ich spüre das hier in meiner linken gesäßmuskulatur am meisten und ein kleines bisschen dass meine rechte schulter hier herunter kommen muss das ist das was ich wahrnehme und was ich jetzt aber mache ist ich bleibe in dieser position hole jetzt aus und versuche jetzt einmal durchzuschwingen und dieses gefühl vom impact ganz kurz wieder zu kreieren ja und wenn ich das gemacht habe dann versuche ich jetzt einmal damit auch einen golfball zu schlagen aus dieser ausgangsposition erst einmal kurz hier ball ansprechen jetzt wieder hin gewicht links 45 grad rotieren schläger kopf hoch bekommen und rechte schulter tief und jetzt schaue ich dass ich in dir in der ansprechposition stehen und aus dieser ansprechposition heraus möchte ich jetzt versuchen auszuholen und dieses gefühl vom impact zu kreieren und dann erstmal versuchen den ball ein kleines bisschen nach vorne zu schlagen was ich jetzt ganz häufig sehe ist dass die schwungbahn noch zu sehr von außen kommt wenn man diese aus dieser übung startet ja aus dieser geöffneten körperposition entsteht manchmal eher eine schwungbahn von außen und damit uns das nicht passiert habe ich hier zwei toursticks den einen tourstick können wir so hinlegen dass in der mitte des toursticks ungefähr der ball liegt und den anderen tourstick positioniere ich jetzt am tourstick ende ungefähr in der schräge meines schaftes und jetzt positioniere ich den den schlägerschaft hier so dass ich jetzt nicht mehr von außen kommen kann denn ansonsten treffe ich diesen tourstick ja mach das ganze jetzt erstmal ganz langsam der abstand zwischen ball und tourstick soll ungefähr einen schlägerkopf betragen und jetzt stelle ich mich wieder hier hin erzeuge erstmal wieder meine meine übung gewicht links 45 grad rotieren in die streckung und schultertief jetzt gehe ich wieder hier hin und sagt okay jetzt hole ich aus möchte den ball schlagen und den tourstick dabei nicht berühren ja also ausholen und versuchen wieder in die endposition zu kommen ohne den tourstick zu treffen macht das ganze erstmal schön langsam man kann über den tourstick auch noch eine kleine schaumstoffrohre drüber stülpen das ganze gibt einem dann ein wenig mehr sicherheit bevor wir zur zusammenfassung kommen ist es noch mal wichtig dass dieser drill ein wirklich gefühlsbezogener drill ist ja das heißt ich möchte dass wir einmal kurz diese übung immer durchgehen und dass wir dann schauen dass wir sagen okay für mich fühlt sich jetzt der impact so an dass ich sage ich spüre es in meiner linken gesäßbacke oder ich spüre es mehr an meiner rechten schulter und dieses gefühl versuchen wir dann mit dem ball einfach nachzumachen dass wir einmal kurz sagen okay ich gehe hier in meine in meiner position wo ich sein möchte und aus dieser position heraus versuche ich dann diese bewegung gefühlsmäßig nachzumachen gar nicht so sehr positionsgebunden ja das ist mir ganz ganz wichtig fassen wir das ganze noch einmal kurz zusammen und zwar wir nehmen den schläger in den ungefähr da wo die gürtelschnalle ist sagen jetzt okay ich möchte meine linke seite meine linke hüftseite an meinem linken fuß vorbeischieben jetzt gehe ich in diese 45 grad rotation gehe leicht in die leicht in die streckung und die rechte schulter geht ein bisschen tiefer jetzt nämlich meinen schläger und versuche die impact position zu finden und jetzt wird es mir relativ leicht fallen dieses gefühl wieder nachzuahmen und wenn wir dieses gefühl nachahmen können dann werden wir auch bessere ballkontakte erzielen ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel spaß beim üben bis bald das ist mir sehr schön und jetzt geht das jetzt mal kurz rein. Vielen Dank.